Sonnebar ist einer der führenden Elektro-Großhändler weltweit. Wir bieten unseren Kunden zum einen das Elektromaterial und zum anderen natürlich Serviceleistungen, Beratungsdienstleistungen, logistische Leistungen. Angefangen von Hausarztgeräte über die Photovoltaik, über täglichen Bedarf von Stecker bis zum Kabel, eigentlich alles. Meine Position bei Sonnebar ist Abholverkauf. Zu den Hauptaufgaben zählt Telefonverkauf und der direkte Verkauf mit Monteuren bzw. unseren Kunden. Ich bin zurzeit im Vertriebsinnendienst. Ich mache Telefonverkäufe, unsere E-Mail-Hotline eben und helfe hin und wieder auch im Abholverkauf. Meine Position ist die Diederlassungsleitung in Klagenfurt und ich bin eben verantwortlich für den Standort. Ich bin wieder ein Großteil des Vertriebsteams in einem Großraumbüro. Wir haben zum einen jeder einen großen Schreibtisch, arbeiten mit zwei Monitoren. Mein Arbeitsplatz ist am Verkaufspult direkt. Sieht ganz normal aus, steht ein Computer, ein Headset, ein Telefon für Telefonverkauf. In meiner Funktion ist das Wichtigste das Mobiltelefon. Es ist eines am neuesten Stand, also da kann man sich nichts Besseres wünschen. Natürlich geht dann auch ein Laptop zur Ausrüstung dazu und so weiter. Aber es ist alles da und alles vorhanden. Bei uns hat natürlich jeder Mitarbeiter ein eigenes Konto. Wir dürfen bei uns einkaufen, wir können auch die ganzen Vorteile nutzen, die der Elektriker genauso nutzt bei uns. Klassische Mitarbeitervorteile werden zum einen, dass Weiterbildungen gefördert werden, also die internen sowieso, aber auch externe. Und dann nebenher gibt es natürlich alle möglichen Benefits für Mitarbeiter, so wie Getränkekonsumation, Kaffeekonsumation. Dann gibt es auch Veranstaltungen, interne Veranstaltungen, dann auch Ausflüge, man unternimmt gemeinsam was. Also die Sachen sind extrem wertvoll. Die Sonnebar steht für offen, mutig und herzlich, gemäß unserem Slogan Powered by the Friends. Ich finde, die Firma ist ein sehr soziales Unternehmen. Wir sind offenherzlich untereinander, auch zu den Kunden. Wir sind eigentlich eine kleine Familie, wenn man so sagen darf. Also es macht mich schon stolz, wenn ich sage, ich arbeite bei Sonnebar und dann die Menschen fragen, was Sonnebar ist, und du dann sagen kannst, wir sind weltweit der führende Elektro-Großhandel mit über 40.000 Mitarbeitern. Also das zeigt dann schon, dass du für eine große Firma arbeitest.